Unsere Nummer 33, Zahn! 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 Neuer Spielstand. Echt von dem, wie ich war denn? Bielefeld. Danke. Zahn! 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 Auch hier gestiegen und erste Nebeldöpfe gezündet, nochmal an euch Fans von der Alm. Die Nebeldöpfe schädigen nicht nur hier alle anderen, aber vor allen Dingen auch euch im Block. Ebenso das Werfen mit Feuerwehrmörfern auf das Spielfeld. Ihr gefährdet damit nicht nur euch, sondern auch die Ordner. Also nochmal der Appell, verhaltet euch doch fair und lasst es sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Es wird nicht unbedingt gut verlaufen. Also lasst diese gefährliche Scheiße sein. Endstand in der Bretter Arena 4 zu 0. Weiter geht es in der Relegation am kommenden Dienstag, dem 6.06. um 20.45 Uhr im Rückspiel in Bielefeld. Tschüss, kommt gesund nach Hause und noch ein schönes Wochenende. Auf meine Kollegen vom Gästeblog werden weiterhin Feuerwerkskörper und Bengalos geworfen. Die Kollegen haben zu ihrem eigenen Schutz, zu ihrer Sicherheit die Helme aufgezogen. Nochmal an euch, das ist gefährlich. Es können hier Menschen verletzt werden. Also unterlasst es. So, dann machst du noch ein paar Veganer? Für mich bin Fleischbequette. So, los geht's. So, los geht's. Vielen Dank. Vielen Dank.